Einiges los und der erste Starter bei den Union am Barren ist Keanu Schepers aus Belgien. Mit einem schönen Mako zum Anfang. Felge, da muss er ein bisschen die Arme krumm machen, auch bei der Riesenfelge. Stützkerre verliert auch leicht die Beine aber an sich. Bisher eine gute Übung. Dort ist Aldo Rickerts gehackt, genau an dem Stand.